Hallo zusammen, ich hier ist wieder heutzutage und schon bin ich wieder für euch in Battle for Ezra unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Teil von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich auf einem Char auf Blackmore und muss einem Collision hier ein bisschen Gold abdrücken für ein Item, das ich mir eben geholt habe bei ihm und ja, ich würde sagen, wir geben dem jetzt mal eine halbe Million Gold was haben wir denn hier, 50.000, so, halbe Million jetzt frage ich den nochmal, dass es eher auch wirklich ist schon du? Fragezeichen nicht, dass es jetzt irgendeinem Random eine halbe Million gibt wenn er mir das jetzt bedingst bestätigt okay, also das ist der richtige Typ halbe Million Gold drücken wir ihm ab hier auf Blackmore und jetzt wollt ihr sicher wissen, was ich mir für ein Item bei ihm hier geholt habe ähm, das werden wir gleich zeigen, okay so haben wir uns noch bedankt bei ihm fürs Item er meldet sich, wenn er die Schultern hat mach das okay, jetzt zeige ich euch mal, was ich mir geholt habe für eine halbe Million das teuerste Transmog-Item was wir bis jetzt gekauft haben und zwar ist das hier der Vorschlaghammer Kenner unter euch wissen, was das für ein Item ist das ist eins der seltensten Items, die man im Spielsegment erfahren kann droppt aus Uldermanus eins der wenigen Items, die ich quasi noch für mein Transmog-Zeug gebraucht habe was nicht sehengebunden ist, also was man sich tatsächlich kaufen kann er hier hat es jetzt ähm, mir verkauft wie gesagt, eine halbe Million hier nochmal, ähm, Gruß raus an Ruhl der hat das Ganze vermittelt der hat den Typen gefunden und hat mir Bescheid gegeben da nochmal vielen, vielen Dank dafür halbe Million ist sehr viel wie gesagt, zu viel habe ich noch nie für ein Transmog ausgegeben aber, ähm, das Item ist es tatsächlich wert ihr seht, ähm, regionaler Marktwert sind 2,2 Millionen beziehungsweise der Verkaufswert, das ist das wichtigere sind knappe 400k ich habe jetzt 500k gezahlt sei ihm gegönnt, dass er damit äh, gut Gold gemacht hat aber das ist so selten drin dass ich mir dachte, komm, nehmen wir mit dann, ähm, ja haben wir wieder ein Transmog mehr und jetzt fehlen mir nur noch zwei jetzt fehlen mir noch diese Schiftungen der vergessenen Zeitalter und, ähm, der Stopbringer das sind die letzten beiden jetzt leere ich den Kolben einmal und damit, ähm, ja sind wir durch mit der kleinen Aufnahme halbe Million haben wir wieder weg und ja, ich melde mich dann wieder wenn ich wieder was Neues, Teures an Land gezogen habe und, ja dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal euer Tela bis dann äh, ciao bis dann